Sendezeit spielt eine Rolle und damit sind wir bei einem anderen Thema, das gerade eben extrem aktuell ist. So was nennt man, glaube ich, eine Schlappe. Eine Schlappe für die Bundesregierung. Denn heute Vormittag hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Brennelemente, Steuer, die im Jahre 2011 bis 2016 eingezogen wurde, nicht recht, denn zwar nicht im Grundgesetz entsprochen hat. Da könnten auf die Bundesregierung jetzt Rückzahlungen an die verschiedenen Versorger zukommen, in Höhe von über 6 Milliarden Euro. Es ist ein überraschender Erfolg für die Atomkonzerne. Nach zahlreichen Klagen nun ein abschließendes Machtwort aus Karlsruhe. Ende eines langen Streits und darum ging es. Für die ursprüngliche Verlängerung der Laufzeit für die letzten Atommeiler erfand der Bund im Gegenzug eine neue Steuer, um die Betreiber zur Kasse zu bitten, die Brennelemente-Steuer. Sie galt ab 2011 bis Ende 2016. Für jedes neu eingesetzte Brennelement sollten die Betreiber einen Betrag zahlen. Insgesamt kamen so 6,285 Milliarden Euro zusammen. Als die Politik nach Fukushima die Laufzeit der AKWs überraschend wieder verkürzte, die Steuer aber nicht zurücknahm, reichte es den Betreibern, sie klagten und bekamen jetzt Recht. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts kassierte die Steuer rückwirkend. Der Bund hätte sie nie beschließen dürfen. Sie sei keine Verbrauchsteuer im klassischen Sinn. Das bedeutet, die Unternehmen können nun auf Rückzahlung aus der Staatskasse hoffen. Geklagt hatte im konkreten Fall E.ON, doch das Urteil hat Wirkung für alle AKW-Betreiber. Ja, dann schauen wir nach Karlsruhe zu Frank Breutigam, dem ARD-Rechtsexperten. Herr Breutigam, mal ganz einfach gefragt, wie begründet das Gericht jetzt diese ja doch recht weitreichende Entscheidung? Ja, hinter diesem Streit steckt die Frage, wann und für welche Zwecke darf der Bund eigentlich Steuern erheben? Im Kern geht es um Folgendes. Im Grundgesetz gibt es eine Art Katalog, in dem die Steuerarten drinstehen, die der Bund erheben darf. Und da ist ein wichtiger Begriff, der in dem Beitrag eben schon angedeutet wurde, die Verbrauchsteuer. Und als eine solche Verbrauchsteuer hatte der Bund die Brennelemente-Steuer bezeichnet. Und das Verfassungsgericht hat sich jetzt intensiv damit beschäftigt, ist diese Brennelemente-Steuer wirklich eine Verbrauchsteuer und damit zulässig? Und hat dann geprüft, was sind eigentlich die typischen Merkmale so einer Verbrauchsteuer? Und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, da geht es typischerweise darum, dass man das am Ende auf die Verbraucher abwälzt, zum Beispiel wie bei Benzin oder bei Tabak. Da geht es darum, dass Verbrauchsgüter verbraucht und besteuert werden, auch wie bei den Beispielen, die ich gerade genannt werde. Und hat dann gesagt, hier, da geht es darum, es wird Steuer gezahlt dafür, dass Brennelemente, also Produktionsmittel verwendet werden. Das sei keine Verbrauchsteuer. Und deswegen dürfe der Bund diese Steuer auch nicht erheben. Und das hat dann zu dem Ergebnis geführt, das Gesetz war verfassungswidrig. Na, dann fasse ich das mal so zusammen, wie es ehrlich gesagt hier auf den Fluren der Phoenix-Redaktion schon scherzhaft gesagt wurde. Hätte die Bundesregierung dieses Gesetz in andere Tücher gepackt, in andere Worte gepackt, dann wäre man vielleicht am Ende des Jahres 6 Milliarden Euro reicher. Ja, aber dazu hätte man dann auch im Grundgesetz etwas finden müssen, also in dem Katalog eine Alternative finden müssen, um genau so eine Steuer zu erheben. Und das ist gar nicht so einfach. Also da das wasserfest und verfassungsgemäß hinzubekommen, das wäre, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen. Um wie viel Geld sprechen wir denn hier, beziehungsweise was sind die finanziellen Folgen? Ich sage immer über 6 Milliarden Euro. Ist es das dann oder könnte da noch mehr auf die Bundesregierung oder den deutschen Steuerzahler zukommen? Also das ist der Betrag, der an Steuereinnahmen da liegt. Den erwähnt auch das Verfassungsgericht heute in dem Urteil. Die Steuer, man muss das ja dazu sagen, wurde bis Ende 2016 erhoben, ist jetzt ausgelaufen. Das sind diese 6 Milliarden, die eingenommen wurden. Wenn es jetzt um mögliche Rückzahlungen geht, dann ist aber noch ein wichtiger Punkt, dass da Zinsen hinzukommen könnten. Also insofern bleiben wir, wenn die Konzerne dann jetzt dies zurückfordern werden, sicher nicht bei diesen 6 Milliarden stehen, sondern da kommt dann noch etwas drauf. Hervorragend. Besten Dank für die Erläuterungen und Erklärungen. Frank Breutigam nach Karlsruhe.